So, dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Tactics, Blade of the Shagoon. Ich bin der Zowarok und ja, wir sollen, wie gesagt, wir sind immer noch hier auf dem schönen Berg unterwegs und sollen unseren guten Freund helfen, retten vor allen Dingen. Und wir werden jetzt mal mit der, mit der Aiko, werden mich in den Soldaten ein bisschen ablenken. Meine Worte, mein Herr? Mein Herr. So. Eine Frage, wenn ich es kann. Für den Schöken. Boge, schnippel den mal weg. Oh, das ist so. Bitte, weiter. Wen haben wir denn noch da oben? Da oben ist eine Wache. Der sieht zu viel. Finde ich. Okay, die können nicht da hinkommen. Der kann der Mogen nämlich schön locker flockig hier mal herkommen. May I ask another question? Warte, 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 warte. Lauf weg. So reingehen. So, können wir da hinten hin. So, versteck dich mal da. Wunderbar. So, den haben wir schon mal durchgeschleust. Jetzt kann sie auch wieder weitergehen. Bitte, sag mir mehr. So, wir gehen rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. It will be done. Ja, ja. Tü, tüüß. So. Wer kann das denn hier sehen? Es ist nur der Knecht. So, wenn wir jetzt hier ein bisschen rum... Wo können wir denn reingehen? Überhaupt. Da hinten können wir es verstecken. Da hinten ist gespüssen Versteck. So, auf die beiden Jungs müssen wir aufpassen. So, der Mogen. Zack. So, lauf mal weiter. So, versteck dich. Du bist versteckt. Alles klar, wunderbar. So. Wollen wir doch mal sehen, dass wir so wenig wie möglich hier Schaden anrichten. So, Mogen. Zack, jetzt ist der Mogen wieder dran. So. Ich werde hier hidden bleiben. Versteck dich. Versteck dich. So, alles klar. Ich werde da sein. Ach, der. Der muss auf den Pott auf jeden Fall, so wie es aussieht. Was haben wir denn da hinten? Da könnten wir uns verstecken. Aber wie gesagt, der Mogen kann da nicht rauf rennen. Was haben wir hier oben noch für Sichtgeschichten? Wer läuft hier noch rum? Das ist nur der da. Oh je, auf jeden Fall, da ist ein Versteck. Wie weit kann der denn schauen? Ach, der wird, der könnte uns sehen. Ist da noch jemand? Ach, hier ist noch eine Wache mehr. Ach, du grüne Neune. Da ist noch eine Wache mehr. Die müssen wir auch abwarten. Oder wir müssen eine von den beiden ein bisschen ablenken. Ja, wir müssen eine von den beiden ablenken. Das nützt nichts. So, komm mal her, Fräulein. Ich werde nicht gesehen bleiben. Auf meinen Weg. So, du kommst mal hier hoch. Dann kannst du gleich mal den hier ablenken ein bisschen. Die beiden Jungs, die müssen auch noch verpieseln so ein bisschen. Dann kommen wir nämlich da weiter. Wir speichern mal kurz. Zack. Ich wusste nicht, dass sie das nicht wissen. Sie ist ja schon wieder da. Ich werde hier bleiben. Ich bin im Tempel. Was ist deine Impression so far, Aiko-san? This place hides many things. It must have a rich history. We could look for records to satisfy your curiosity. Do me well, Mugen. But I think we have more urgent business to attend to. Please tell me more. Please tell me more. So, wir müssen... Ich möchte hier durch. Durch das Tor da. Wer kann uns denn sehen? Der Knecht hat den Fall. May I ask another question? Ja, ja, gut. Aber nein, sie kann erst mal hierherkommen. You are most kind. Hier ist ein Stein. Wir könnten einen Stein schmeißen. Das kann der... Der Mugen kann das ja. Aber wir können den ja aber auch anders austricksen, ne? Wir müssen ja nicht gleich... Out of sight. Wo guckst du her? Okay. Nehmen wir mal hier runter. Ich habe eine Frage. Ja? So, Mugen, mein Freund. Mugen. Mugen, komm. On my way. These rocks might prove useful. I could throw them on unsuspecting opponents. I am eager to hear the stories surrounding this particular battle strategy. Ach, jetzt könnte er da unten rauskommen. Please, continue. Wo kann der denn hingucken, hier? Aha, was ist das denn überhaupt? Was ist das denn? Jetzt mal, vielleicht können wir mit ihr mal hinlaufen. Oh, ist that so? Ja, das ist schrecklich, ja. Mein Dank. Verabschied. So, warte mal hier. Bewegen wir das mal? Gehen wir das mal mal hin? Curious. Das öffnet sich ein secret Passage of sorts. Lass uns das in minde, für wenn wir gehen. Ah, ein kleiner Durchgang. Okay, das führt uns aber jetzt nicht weiter. Oder kommen wir irgendwo anders raus? Irgendwo anders vielleicht irgendwo? Nein? Nein? Okay. Alles klar. Keine Ahnung. A plan in motion. So, sie kann sich hier mal verdrücken. Und wir wollen mal sehen, dass wir auf die andere Seite kommen. Weil die Sache mit über die Brücke, zwei Wachen stehen da vorne. Ist natürlich ein bisschen Panne. So, da haben wir ne Wache. Da stehen zwei Jungs rum. Zwei Wachen stehen da rum. Diese Wache hier, die gefällt mir nicht. So, er ist da oben. Den sollten wir ablenken, wenn wir hier unten sind. Vielleicht können wir mit dem reden. Vielleicht kriegen wir das hin. Mal sehen. Ey, bester Kram. Wenn das nicht klappt. Ich werde mich überrascht fragen, aber... Mein Reden. Immer schön mit der Ruhe. Ah, das erinnert mich. Für den Shogun. Meine Blatt für den Shogun. Tut mir leid. Ja, tut mir echt leid. Wollte ich eigentlich nicht so, aber... So. Den haben wir hier mal versteckt. Dann müssen wir mit der guten Dame wieder vorausgehen. Ähm, wo kommen wir denn da hin, wenn wir da reingehen? Das wäre nochmal interessant zu sehen. Mal sehen, was glaube ich da... Ob ich da durch kann. Nochmal speichern vielleicht vorher. So, und jetzt mal sehen, wo wir reinkommen. Oder wo wir rauskommen. Das ist noch viel interessanter. Ah. Da kommen wir raus. Denn sparen wir uns auch den Weg hier durch. Oh, da ist noch ein... Out of sight. Kommen wir da hin? La 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 la. The music starts. Oh. Da ist noch... Wo kriege ich das hier denn hin? Gut, das wird vielleicht nachher irgendwie eine Möglichkeit geben, uns das zu erzählen. Lass mal auf. So. Was kann der denn sehen? Nichts von dem hier unten. Das ist sehr schön. Nein, warte mal. So, abgelenkt. Klar. Immer fragen. Immer fragen. So, wir kommen erstmal da runter. Und werden die beiden da mal einen Tango-Schritt auslösen. Da hat er wohl recht. Das ist eine sehr tödliche Technik, die er hat. Sehr gut. So, sie kommt hier raus. Hallöchen. Mein Freund. Da oben ist der Samurai. Der kann das natürlich sehen. Was ist mit dem guten Knecht hier? Da müssen wir sehr schnell vorgehen. Ach so, er kommt jetzt hingelaufen. Und testen meine Patience. Ah. Ich will folgen, dein Geist. Aha. Wir warten das mal ab. Wenn die beiden da sind, dann können wir nämlich beide ausknipsen. Mit den guten Mugen. So, Fräulein. Mach dich mal ein bisschen dünner. On my way. Gehst mal hier rüber. So ein bisschen aus der Schuss fällt, wenn er gleich sein Superzwirbel anschmeißt. Dann ist hier nämlich Halai von Konfetti. Da werden wir vorher aber nochmal abspeichern. Sicher ist sicher. Falls das nun wirklich in die Hose gehen sollte. So, guckt euch an. Da ist die Waterfall. Ich schnapp ihn dir mal. So, ich schmeiße ihn mal in den Hilde rein. Okay. Ich werde da sein. So. Die haben wir schon mal in den Sack, sozusagen. Jetzt haben wir ihn da oben auf jeden Fall. Ach, hier oben ist ja noch einer. Und der guckt wohin? Der schaut da unten hin. Die beiden unterhalten sich wundervoll. So. Dann müssen wir... Oh Gott, da sind auch noch zwei Wachen. Da ist auch noch. Was ist das für einer? Ist das auch eine Wache? Ganz normale Wache? Ja, das ist eine ganz normale Wache. Aber... Aber der hier ist ziemlich knifflig. Den kriegen wir so nicht ausgetrickst. Dummerweise. Wie kriegen wir den Knecht denn da zu fassen? Da ist auch immer wieder noch eine Wache. Ach Gottes Willen, wie machen wir das denn? Und die beiden rennen hier auch noch rum. Und die zwei da vorne auch. Alter, das geht mehr. Hm. 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 Wir tun, was wir können. So. Mal schauen, wo die beiden laufen. Ob die vielleicht irgendwo hier in so einen Schatten reinlaufen. Leider nicht. Höchstens da vorne. Aber dann würde der lauern. Ganz klar. Pass mal auf. Den müssen wir... Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Wenn wir jetzt mit der guten... So, lauf mal hier vorne her. Bleib mal hier stehen. So, die schnacken aufeinander, die beiden. Aber verfrucht. Das war zu spät. Nochmal laden. Sie war zu langsam. So. Naja, so schnell geht's. So schnell geht's. Naja. So, nochmal. Zack. Ach ja, genau. Diese Schnippli hier. Das haben wir vergessen. Zum Speichern. So, er versteckt sich erstmal hier ins Gebüsch. Hier ins Gebüsch. Wie weit kann denn der gucken überhaupt? Aber wir müssen... Uns hier unten ins Gebüsch müssen wir rein. Wir müssen hier unten ins Gebüsch rein. Aber sonst der hier, der wird uns... Der muss abgelenkt werden. Auf jeden Fall. So. 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 Versteckt dich. Zack. Alles klar. Versteckt. So, jetzt müssen wir sie wieder irgendwie herbringen. Jetzt kommen die beiden Jungs wieder. Da müssen wir auch wieder drauf achten. Dass die uns nicht sehen. So, die laufen erstmal vorbei. So, hier rein. Wir runter. No more excuses, Holmer. Wir tun, was wir können. Ein Plan in motion. So, hier verstecken wir uns erstmal einen Momentchen. Dann können wir uns da wieder verkleiden. Wenn... Die beiden durch sind. Ich glaube, dann wird er uns... So. Mist. Nein. Nein, 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 nein. Die Musik beginnt. Ach, Mist. Mist, das war gerufen. Das... Nein, wir müssen das nochmal laden. Das hat keinen Zweck. Da sind so viele Wachen nachher. Da sind viel zu viele Wachen. Wir werden da überrannt von dem Verein. Dann finden wir... Das wird immer schwerer. Nochmal das Ganze hier. Nochmal das Ganze hier. Mist, das war zu eilig. Wir müssen uns Zeit lassen. Ein Samurai hat Zeit. Der hat massenhaft Zeit. Also lassen wir uns Zeit. Wir haben viel davon. Wir haben sehr viel davon. Also manchmal möchten wir das so ein bisschen schneller über die Bühne bringen. Verstecken die Schere in dieses Busch. Hier runter. Möglichst hier in den Busch rein. So. Alles klar. Gut. So, sie ist dran. Also das heißt jetzt, wir müssen... Wir müssen da durchlaufen. Aber hier oben ist natürlich wache. Der sieht auch so viel. Also wir dürfen unsere Bekleidung gar nicht aufgeben. Das wäre sowas von knapp. Das wäre sowas von knapp. Ach, Mist, Mist, Mist. Wundervoll. Ach, das hat geklappt. Das hat geklappt. Wunderbar. So. Hier rüber. Der Samurai darf uns nicht erwischen. Darf uns nicht sehen. Wir stellen das hier drüben hin. Und wir dürfen mit ihm reden. Siehst du. So. Das ist bloß der hier oben, der lauert. Lord Yabu demandt... Please, continue. Of course. I will be there. Hey! Hey! Hoffentlich hat er es nicht gesehen. Hoffentlich hat er es nicht gesehen. Please tell me more. Ah! When will the next shipment be ready? When is finished? Hey! Alter Schwede, das war knapp. Das war sowas von knapp. I did not know that. So, die beiden haben wir ausgeknipst. So. Jetzt können wir ruhig mal hier runterlaufen. Another question, if I may. Nein, das wäre schlecht. Wir müssen sehen, dass wir den da irgendwie abgelenkt kriegen. Aber das wird ja schon das Problem werden, weil wir nicht an Dicken vorbei. Also hier an dem Samurai. May I ask another question? Wir können den nicht ausknipsen, den Knecht. Wir könnten den höchstens hier runterlocken. Ach so, vielleicht können wir ihn nicht schmeißen. Ach, wie ärgerlich. Muss mal auf, wir versuchen das mal. Versuch mal unser Glück. So, warte mal. Dahin können wir es schmeißen. Er hat es gesehen. So, komm her, mein Freund. Hol dir das Schnäpschen. Hol dir das Schnäpschen. Und schnippeln. Och, Mist. Mist, 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 Mist. Wo ist jetzt? Ähm, da. Versteck dich. Versteck dich. So, versteck dich. Alles. Die sind alle auf... Die sind alle heiß, die Jungs. So, nicht. Ist das dein Shinobi-Friend? So, schnapp dir deinen... So, die da oben sind noch ein bisschen auf... Wir haben's geschafft. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Wir haben's geschafft. Wir haben es geschafft. So, aber hier haben wir noch... Die Wache da oben. Die Wache da oben. Das ist das Problem. Wir treffen auf, wir speichern mal ab hier. Sicher ist ja sicher. Wir wissen ja, wie es läuft. So, und jetzt kommt der gute Morgen. Du bist ganz ruhig, genau. Komm mal hierher. Schnapp dir mal den Stein hier. Wie weit kann es... Nein, wie doof bist du denn, du Trottel? Ach, nochmal. Miste. Miste. Er hat ja den Stein in der Hand. So. Den Stein darf er nicht mitnehmen. Also wird er schon mal ganz unruhig, der andere Knecht. Und wie weit kann er... Guckt der hier? Der guckt bis dahin. Was machen wir denn mit dem Stein? Ah, ich will follow your advice. Wir müssten eigentlich auch die beiden auslösen. Aus klicken, ne? Theoretisch müssen wir das machen. Wie weit kann der schauen? Bis dahin kann er nicht gucken. Oh je, oh je. Aber ich sehe schon, die Zeit ist wieder durch. Freunde. Das ist eine Aufgabe fürs nächste Mal. Und ich denke mal, da sind wir jetzt kurz und knapp vor dem Ende. Dann haben wir nämlich so ziemlich ihn da zu fassen. Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare darüber. Würde ich mich riesig freuen. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr immer, was auf meinem... Wie gesagt, auf meinem Kanal alles los ist. Bis dahin. Ich sage mal, ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.